Hallo, ich bin Nila und mein magisches Haustier Morphel kann sich in alles verwandeln. Morphel! Hm, ich bin eine schaurige Hexe. Halloween macht Spaß, oder? Als Bass wirst du dich verkleiden, Morphel. Ähm, äh, Morphel weiß nicht. Wie wär's mit einem Vampir? Oh, ja. Das sieht toll aus, Morphel. Dann können wir ja losgehen. Das ist alles, Ores. Oh, wie gruselig ihr seid. Hier, bitteschön. Viel Spaß. Danke. Danke. Hey, Mila und Morphel. Ich bin ein echter Dinosaurier. Haha, Morphel Vampir. Oh, kannst du dich auch in eine Fledermaus verwandeln? F-Fledermaus? Ja, Vampire können sich in Fledermäuse verwandeln. Oh, so etwa? Ah, Morphel ist ein echter Vampir. Tschüss, Mila und Morphel. Du bist ein echt gruseliger Vampir, Morphel. Ja. Süßes oder saures? Ah, so gruselig. Ich hab was Süßes für euch zwei. Dankeschön. Ah, du bist ein echter Vampir. Das ist der Preis für den echtesten Vampir. Haha, Morphel echtester Vampir. Hui. Vampir Spaß. Und wir haben schon so viele Süßigkeiten. Gib sie mir zurück. Gib sie mir zurück. Ha, als echte Piraten plündern wir heute Nacht alle Schätze. Wie viele Süßigkeiten haben sie? Ganz schön viele. Und ein Tetra Pak Apfelsack? Gib sie zurück. Das sind Süßigkeiten. Morphel, der Vampir will trinken in euren... Ah, ein Vampir. ...Apfelsaft. Morphel, der Vampir will euren Apfelsaft trinken. Dankeschön, Morphel, der Vampir. Das ist das letzte Haus. Siehst du doch das aus? Ich hoffe, ihr zwei seid die Letzten heute. Ich hab von einem echten Vampir gehört und will nicht, dass er reinfliegt. Morphel, der Vampir will Süßes. Ah, der Vampir. Morphel, nicht Süßes. Vampire passen Knoblauch. Mal schauen, wie dir das gefällt. Süßigkeiten. Bläh, bläh. Süßigkeiten, nicht lecker. Ich hab dich besiegt, Vampir. Das ist kein echter Vampir. Das ist Morphel. Äh, Morphel mag die Süßigkeiten nicht. Hm, das macht Sinn. Lecker. Jetzt verschwindet von meinem Grundstück. Husch. Bin, bin Tú. Das ist Morphel. Untertitelung des ZDF, 2020